Musik Bevor wir nachher abhauen müssen, dann fuchsiert schnell. Musik Bevor wir nachher abhauen müssen. So, hier noch mal weiter. Musik 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 Ich mach hier rein. Machst du noch den hier? Den Thunder King. Alle Flammen an? Ja. Let's go! Mega geil ey! Mega geil! Na ja, geht. Auf jeden Fall mehr Dampf. So jetzt noch die Bird Killer. Noch mal heftiger wie die Dumbo-Singleschutz. Ja. An? Ja. Go! Dreimal Dumbo-Watzi! Alter Verwalter! Scheiße! So, zweimal Cobra 11. Cobra 11. Boah, hast du gerade den Gips runterkommen hören? So und jetzt zum Schluss gibt es natürlich nochmal einen richtig fetten Endschlag. Super Nummer 1 mit 100 Gramm. Machst du einen dumper Knall. Ja. Echt? So Leute. Jetzt zum Ende der Tschechien-Tour haben wir noch drei, ne vier sind's. Vier schöne Böllerhaufen. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet es gleich sehen. Es geht richtig zur Sache gleich. Können wir jetzt nicht. Können wir jetzt nicht. Schauen wir mal wieder die Flamme an. Wo ist dein Schuh jetzt hin? Okay. Alle bereit? Warte. Ja, alle sind bereit. Die Zünnschnur ist relativ weit unten. Egal. Na warte mal. Ey, da musst du echt rennen jetzt, ne? Ich nehme einen Brenner und schmeiße ihn dann fählen weg. Ich bin ja mal gespannt, wie das mit den Pickboards wird. Komm, also. Drei. Warte, warte, warte. Okay, Flamme an jeder. Warte, warte. Drei, zwei, eins. Richtig, richtig geil. Leute, schaut euch das an. Ein Schlachtfeld, sag ich nur. Alter, das war so knapp, ne? Absolute Verwüstung. Der Kräckling war so riesig.